Hallo und herzlich willkommen hier zum auch so vor allem so Prozent heute für ein bisschen Torbettelstern glaube ich oder Läden die üblichen für mein Kürzner Prozent die Kürze all der die alles voll mit Blut ist alter Mann ich möchte das was da geht aktivieren alter ich möchte ich möchte und ich möchte die andere Welt noch übernehmen wir treffen es ist eine gescheite Waffe finden über das hier gibt es nur M16 wir sind in einer Ami-Bars aus der Waffe zu haben LOL Bearstraitor Bearstraitor Scheiße Jawoll Bubu Fahrt er muss sagen wir sind leider nur zu dritten da muss nach Leute schon der zweite Alten müssen erwarten wenn ich sage alle neuen Ringer ab die alle neuen Dinger aktiviert sind die leuchten kommen mit anderen Raum rüber zu werden aber ich bin hier auf der Stargate vielleicht hätte die sehr hervorragende Leiche mit Freude Burak Meister Schmeichert Burak Schmeichert Schmeichert in Stargate rein ja vielleicht kommt er durch das Portal der Burak wirft sie oh M auf jeden Fall ja weil heute der Sturm Erdner hat keine Zeit und also der ist irgendwie nicht da und und Kiew ist auch nicht da hört sich auch irgendwie an wie eine Krankheit Sturm Erdner Alter man aktiviert mal sofort das Stargate ich möchte nie andere Welt rüber so er ist aktiviert Alter ist doch so schnell komm RTS schnell Adi er muss noch einmal jemand drücken ja dann drückt er einmal muss doch auch da oben jemand drücken ne ich möchte auch rein Burak ist glaub ich Burak drück mal da oben in die Kommandozentrale hä wo ist die Kommandozentrale ich hab ich wieder verlaufen Alter folgt einfach der grünen Linie ah hier ja drück mal geht nicht oh es ist es bildet sich ja oh geil man ich will auch durch lol ich bin tot weil ich in das blaue Ding reingelaufen bin lol lol Adi was ist da los alter ich hab keine gescheite Waffe nein nein boom alter voll geil hier hinten alter sieht so geil aus lol ich wurde von einem komischen Ding da getötet sorry dass ich geredet man kann das Stargate weg machen ne an der Kommandozentrale hier also vielleicht kennt ihr ein oder anderen die Folge also die Serie Stargate ich bin da übel der riesige Fan gewesen ich bin durchs blaue Ding gegangen ich glaube er ist changing level ja ich wurde da getötet weil das Ding da aufgegangen ist so das geht weiter also vielleicht kennen die ein oder anderen die Serie und die ist richtig geil ne also ich liebe die ja ich kenne ja ich kenne du kennst die nicht mehr wo hallo die Ecke bestand ja du bist nur ein schwarzes Burak nur ein schwarzes ok äh stimmt das wirklich bestand sogar man kann fast hier die Tür reingehen oder in viele hä mach mich zu schlagen man du Mongo hallo hallo das sieht so geil aus oh ja aktivier mal alle ich weiß gar nicht wie das geht aktivier mal alle hier Mongos ihr müsst einfach hier hoch gehen ok seht ihr hier ah ist schon aktiviert ist schon aktiviert Burak lauf doch mal wir wollen doch alle rüber hallo scheiße nein ich komm nicht mehr rein ich hab's nicht gemacht ich hab's abgeriegelt du bist so dumm an komm mal ich hab hier oben fest das Ding runtergefahren drücken mal drauf lol es ist weg es ist weg lol es ist weg jetzt sitzt sicher fest jetzt sitzt sicher fest geil ich lieb das übel Alter warum komm ich hier denn nicht durch jetzt ist offen ich bin Inno ich auch Adi was bist du Adi Adi ist straighter er sagt nichts er ist straighter ok wo seid ihr alter keine Ahnung du hast Adi getötet Burak ich bin tot ich bin tot wenn du tot bist dann sag wenn du nicht tot bist dann sag was vielleicht sagt er auch einfach nix vielleicht ich bin tot du bist so dumm Burak Adi sag mal was Adi ich bin tot 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 ich hab ich die Tütten verstanden Alter ich bin tot Alter was gibt es in dem Hintergrund eigentlich Geiles nichts ehrlich gesagt wirklich nichts ich hab immer ne Glock ich würde das hier nur M16 gibt aber es ist irgendwie fair ja mit einer Sniper kommst du ja nicht weit ja aber mit einer Shotgun zum Beispiel oh ja Shotgun wär echt episch aber ein bisschen overpowered hier aber die letzte runde kam das richtig unerwartet von mir aber es ist richtig ich bin auch genau da hat es treten nicht und das ist nicht mit der menschlichkeit ist da du trägst wort doch herrlich fahrer nachladen mann gut ja ich weiß nicht ich habe ich war kein einziges mal trägt er bis jetzt kein einziges mal er auch seit drei runden hintereinander ich war nur einmal eine runde hin und dann wieder trägt er es war nur einmal trägt Ich, ich war null mal Täter. Ich will die ganze Zeit Traitor sein, Alter. Aber die sind richtig geil. Ja, mit dem Stargate voll die geile Option. Ich find's halt scheiße, dass es hier nur so ne hässliche M16 gibt. Ja, und ne Glock. Ja, aber das ist ne Militärbasis. Ey, das sind wir jetzt mal nur mit Glock. Ja, okay, nur mit Handpistole. Oder nur mit, nur mit Quoba. Ja, nur, okay, 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 nur mit Glock. Nur mit Glock, das ist geil. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ja. Reste. Oh, leu, er ist weg. Und du stehst immer noch da unten weiter. Ey, lass mal, Burak. Hör mal auf, hör mal auf. Ich bin Inno. Ich bin auch Inno. Auch Inno. Aber wir schießen da, Mann. Andi Strator, nur mit dem Quoba. Ich aktivist Portal, Mann. Verpisst euch, Mann. Warum schießt ihr denn, ihr Mongos? Ohne Witz, Alter. Was seid ihr für Hurensöhne? Toll. Da wär ja nicht mal Inno, Alter. Nein! Jawohl, Mann. Oh, guck, ich hab doch gesagt, Adi Strator. Erstmal, erstmal, ich geh... Warum schießt du auf ihn, Alter? Ich hätte ihm Hedgefurt gegeben. Wie? Ja, ihr seid zu dumm. Wieso, wieso schießt ihr auf mich? Ja, Burak, wieso hast du mich getötet, du Spast? Ja, ich dachte, du wärst Traitor, weil du einfach so los schießt. Ja, ich hab doch gesagt, Adi Strator. Das sagt jedermann. Ja, aber guck mal, Adi war noch nie Traitor, das ist doch unlogisch. Oder auch total unlogisch. Ja, ich war dreimal hintereinander Traitor, also von daher. Ja, eben, deswegen musste ich das Burak nicht der Traitor sein. Na, ich bin hier gefangen. Und dann... Hier ist es so übeldunken. Okay, das nur mit dem Crowbar hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, ich hab nicht drauf gehört, ich hab mein Crowbar in der Hand gehabt. Alter, wie das hier so gut ist. Jetzt nur Crowbar, okay, nur auf dein Bein. Auf deine Eier. Alter, wie viel Blut hier ist. Alter, schau dich mal hier um. Innozent. Inno. Das ist doch davor, doch noch genau. Achaaa lief ich mich nicht. Der Crowbar gefällt pueden. Okay, das istие ganz vieles. Alter, du hast mir Creed damage gemacht, mich du sagst. Adet Herder gegeben. Und auch auf Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hatte auch gerade Automat vonрушend. Damit war schon orange. Ob und tot. gut Neue die Klammer hat aber gut aber man in der Köln für mein Buch mit dem Matten und Wartner kurz da er ich mag ich habe noch mal dann hier dritt in die Kälte sein mit einem Helder von einem nein also man macht 20 Böden 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 Schieben Schiebe Türen ehrlich gesagt würde ich gerne mehr kurz mit Spielen er kann wieder nachspielen ja was da können wir danach spielen im mongo ich bin im aufzug ich packe im aufzug fest das portal aktiviert und geht's durch adi straighter adi ist 100% traitor bin ich nicht warum soll ich später sein adi straighter adi straighter okay komm ich komme hier nicht mehr raus wer ist jetzt noch da hallo hallo bohrt ist traiter adi straighter ich war die ganze seit dem scheiß aufzug da kannst du raus musst du im glatten gleiter oder so mit oder irgendwie ich war gar nicht raus die türder und sie geht nicht mehr wir gleich wieder rein bis der Brücke der Grover töten Lohr hat er gewünscht wenn man gegen acht Leute so oft er ist richtig geil wenn er ein Bischof wenn der zweite das in der eine macht um die Schütze und dann wir sind anstrengend seitlich wenig sind das ist nicht so in Norden der wir als du bist du bist kommst du mir jetzt hinterher warum bist du nein ach soll ich gerade noch schön vor durch das partei laufen ihr david kommt das traiter david ich bin eh nur Burak war Traitor oder was Burak war Traitor ja der Burak der AFK Traitor er hat mir zweimal ein Hatter gegeben oh ich bin gestorben das Ding da ich sage mal einen kurzen Cut und sehen uns dann in den nächsten Tag wieder oder ja Ciao Leute wenn es gefallen hat lasst ein Like und ein Abo da tschüss